Die Wollnies sind eine der berühmtesten TV-Familien in Deutschland. Die Liste ihrer Skandale, von Verfolgungsjagd bis Gefängnis, macht aber sprachlos. Als Großfamilie ist das Leben beileibe nicht immer einfach, oder gar langweilig. Das stellen auch die Wollnies eindrücklich unter Beweis. Seit 2011 steht die Großfamilie für die RTL2-Sendung Die Wollnies, eine schrecklich große Familie vor der Kamera und gibt einen Einblick in ihren chaotischen Alltag. So skandalös war das Leben der Wollnies in der Vergangenheit. Ging es zu Beginn der Show noch recht harmonisch zu, änderte sich dies in den Folgejahren derart, dass inzwischen einzelne Mitglieder nicht einmal mehr miteinander kommunizieren, sich teils sogar regelrecht den Krieg erklärten. So veröffentlichte Silvias Tochter Jessica mit ihrem Vater Dieter ein Enthüllungsbuch über den Rest des Wollnies-Klens, Jeremy Pascal schießt des Öfteren auf Instagram gegen seine Mutter, der ihre Enkelin vorenthalten will, und das ist noch längst nicht alles. Als wären die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander nicht schon Trubel genug, gerieten einige von ihnen in der Vergangenheit auch schon mit der Polizei in Konflikt oder anderen Mitmenschen. Mit welchen Skandalen genau die Wollnies in den letzten Jahren für Furore sorgten, erfahrt ihr im Video oben im Artikel.